Ich bin Irina und die erste Princess Charming. Richtig real fühlt sich das für mich an, die erste Princess zu sein. Wow! Ich bin verzaubert auf den ersten Blick. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Ich liebe Adrenalin. Es wäre schön, wenn meine zukünftige Partnerin ähnlich abenteuerlustig ist wie ich. Aber sie muss nicht mit mir aus dem Flugzeug springen. Richtiges Playgirl hier. So viel Gewalt. So eine bist du. Sie ist echt eine Traumfrau. Jetzt wird es erst richtig spannend, weil jetzt der Zeitpunkt da ist, an dem man auch Gefühle entwickeln kann. Ich möchte eine Beziehung, weil das mir das Gefühl des Ankommens gibt. Kitschig! Hallo! Ah, endlich! Du siehst heute verändert aus. Ja. Bliedstrich, aber es steht hier gut. Überraschung! Nein! 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 Oh Gott! Nein! Auf jeden Fall war die Stimmung aufgeheizt. Nein! Ah! Jedes Mal gehe ich raus und sage mir, nein, sie sind alle so toll. Ich will keine gehen lassen. Ich finde es auch so spannend, dass, glaube ich, im normalen Leben ich wahrscheinlich keine von beiden gedatet hätte und beide mich dann aber einfach durch ihre Art so bezaubert haben. Ich wünsche mir eine Vaterin, die einfach bleibt. Ich würde sie zeigen, dass ihr echte Gullippen habt. Untertitelung des ZDF, 2020